Moin, ich bin Rune und ich möchte dir den Ausbildungsberuf des Fachlageristen bei PUNKA vorstellen. Ich befinde mich gerade im Versand. Hier stelle ich die fertige Ware bereit und lade sie gemeinsam mit meinen Kollegen auf LKWs. Eine weitere Aufgabe ist das Annehmen von Waren. Dabei werden diese mit dem Handscanner gescannt und eingelagert. Außerdem ist auch das Kommissionieren der Ware für die Produktion eine wichtige Tätigkeit des Fachlageristen. Dabei werden die Waren aus dem Lager zu dem jeweiligen Arbeitsplatz gebracht.